Moin! Willkommen in Leipzig am S-Bahnhof Connewitz. Südlich der Bahnsteige führt die Brücke der Bornaischen Straße über die Gleise. Eine S-Bahn fährt Richtung Süden. Über die Brücke fahren die Straßenbahnen von und nach Dölitz und Markkleeberg-Ost. Hier sehen wir eine einfahrende S5 nach Halle Hauptbahnhof. Besser lassen sich die Züge von der Bahnsteigbrücke in der Mitte des Bahnhofs beobachten. Diese S-Bahn fährt weiter in Richtung Markkleeberg. Im Hintergrund seht ihr die Baustelle des neuen Heizkraftwerks Leipzig Süd mit dem Rohbau des Wärmespeichers. Das bunte Gebäude des Schulungszentrums von DB Netze liegt westlich der Gleise. Auf dem Inselbahnsteig mit den Gleisen 2 und 3 gibt es sogar ein kurzes Bahnsteigdach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gehen wir einmal hinunter auf den Bahnsteig. In Connewitz verkehren die S-Bahnen der Linien S 4, 5 und 6. So fahren meist sechs Züge pro Stunde und Richtung, entweder nach Leipzig Innenstadt oder nach Markkleeberg. Hier fährt eine S 6 nach Borna ein. Die S-Bahnen der Linien S 5, 6 und 7. Die S-Bahnen der Linien S 5, 5 und 6, 6 und 7. Westlich der Gleise liegt dieser Bereich, wo es vermutlich früher eine Ladestraße gab. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gebäude hinter dem Zaun sieht nach einem Güterschuppen aus, dahinter liegt wahrscheinlich das frühere Empfangsgebäude. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Blick zum Bahnsteigdach. Man kann in Connewitz zur Straßenbahn umsteigen, zur Endhaltestelle der Linie 9. Der kürzeste Weg führt über diese sehr einfache Treppe. Oben angekommen, muss man noch ein Stück am Zaun entlang gehen. Auch den Bus 79 erreicht man hier. Es wäre schön, wenn die Bahnsteigbrücke vielleicht eines Tages hier in Richtung Westen verlängert würde, denn alle anderen Umsteigewege sind deutlich länger. Und alle anderen Umsteigewege sind deutlich mehr. Und alle anderen Umsteigewege sind deutlich mehr. Und alle anderen Umsteigewge sind deutlich mehr und früge die Anzeigewege sind deutlich mehr. Brücke über die Bahn gibt. Das ist die Fußgängerbrücke im Verlauf der Probstheiderer Straße. Die Szenen von hier habe ich drei Wochen früher aufgenommen. Der Wärmespeicher war damals noch etwas niedriger gewesen. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020